Oje, da sind noch mehr. Die beobachten mich alle. Ich kann hier aber schön scouten. Jawohl, mach ich fertig. Kann ich mich um die anderen 5 kümmern? Das ist ein Leopard 2-A5, Mann. Das andere ist ein 2-A. Das ist ein Outtier. Ich hab ein 2-A4 gekriegt. Ja, ich hab den anderen weggehauen. 2-K. Ich fahr mal vor, weil hier stehe ich ungrissig, falls ich Leute spawnen. Ich hab ein Klerk gekriegt bekommen. Da ist noch eine. Hier ist auch noch ein Kühler. Kühler. Haben wir da eine Bergkriege? Möglicherweise. Ja, das ist ein Kühler. Das war's für heute. Definitiv ein Wind. Hier kommt noch was bei mir. Kappen markiert. Danke fürs Markieren. Vielleicht ist es meine Slow-Motion. Danke. Da ist noch ein Flak-Panzer. Auch da? Ja, weiter rechts hinter ihm. Ich konnte nicht sehen. Nein! Nein! Das war wirklich eine gute Runde. Zwei Reikart rutsche, ne? Und... ... 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